Leute willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video habe ich ja einmal hier diese Wasserstelle weitergebaut, also weitergemacht und ich würde sagen diesen Video werde ich direkt immer damit weitermachen. Das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit hier alles, ja hier alles so zu machen mit der Wasserfläche. Also ja, schreibt doch gerne in die Kommentare ob ihr auch in meinem Kopf spielt und ob ihr Tipps habt wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Ich würde sagen ich, ja mach direkt immer weiter damit. So. Einmal kurz hier diese ganzen Eimer kurz zur Seite nehmen. So. Dann können wir auch schon direkt weitermachen. Hier fiel glaube ich noch einer. Ups. Okay, hier reicht es dann. Dann einmal hier weitermachen. So. Schauen wir wie viel wir jetzt noch haben. Also wie viel wir noch insgesamt brauchen an Wassereimern. Aber ich glaube gar nicht mehr so viel. Ich glaube man braucht hier auch pro Block einen Eimer, oder? War das glaube ich. So. Schon wieder leer fast. Ich habe erst gerade hier Wasser, neues Wasser geholt. Jetzt gleich schon wieder aufgebraucht. Und den letzten Eimer. Okay. Okay. Jetzt müssen wir auch mal wieder hier zurückgehen. So. Wie viel haben wir noch? Hier einmal 16 und hier einmal neun Stück. Ich glaube wir sind fast fertig. Oder nur noch die Stelle hier glaube ich fehlt. Hat dann gar nicht so lange gedauert. Ich dachte, das ist mehr Arbeit. Ging eigentlich. So. ok wir sind glaube ich fertig ich gehe mal rum schauen wir das noch mal an aber ich glaube wir sind fertig ja ja leute ich glaube ich bin jetzt das video ich hoffe euch hat das video gefallen ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao